Ja, Mahlzeit, schönen guten Tag, hallo, guten Abend, was auch immer für eine Uhrzeit bei euch ist. Hier ist euer Commander Keule, meine lieben Freunde, und ich habe mal wieder ein weiteres Best-of-Video zusammengeschnitten. Wieder mal geile Szenen gefunden in den letzten Gameplays, beziehungsweise auch Streams, die wir hatten. Und ja, ich wünsche euch einfach viel Spaß damit. Ihr lasst gerne wieder Kommentare und auch gerne Bewertungen da und auch wieder Verbesserungsvorschläge, wenn euch denn irgendwas missfällt, denn ihr wisst Bescheid. Ich will immer noch nicht verbessern und ohne Kommentar oder Kritik kann man sich einfach nicht verbessern. Also viel Spaß damit und reingehauen bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch, euer Commander Keule. Ja. Wollte von irgendwo von hinten beschossen. Digga, du bist nicht in der Zone, ne? Das ist ja auch färgerin. Nice, hinter uns kommen welche wahrscheinlich. Also schnell, weiter. Über uns. Nice, weiter. You can do it. You can do it. Oh. Hallo. Yeah. Nice. GG. Ein Haus weiter hier am Bus Einer nockt Da ist ein Lamy Fick dich In der Zone Ja man Ja gönn dir ich hab ein Medikit Wo ist Pippi Da ist Pippi Da laufen sie Nockt DG Irgendwo müssen noch mehr sein Noch einer nockt Nice Jetzt mal wieder den Boden reinbauen Laminat verlegen Ich hoffe ich werde dafür auch ordentlich bezahlt hier Naja So Was haben wir hier noch so Holz bauen wir nicht Ich hab mal Dimm und so Erstmal einen auf den machen Wenn einer durch die Ziele kommt Dann geht er um den Keller Kommen sie rein in meinen Shop Da können sie von mir aus Ein Slurpee Ja moin Hier können sie Boote kaufen Zelte kaufen Angelausrüstung kaufen Was brauchen sie? Ein Kanu? Junger Mann Ich hab hier nur die Besten von Besten Suchen sie sich eins von den dreien aus Sehen alle gleich aus Und können auch alle drei das gleiche Was wollen sie gerne haben? Hallo könnten sie bitte aufhören Mein Inventar zu zerstören Das ist gar nicht Haben wollen Wie der tasmanische Teufel Dude Alter Besser wie Kino hier Oh die Zone Mann Gut dass wir mitten in der Zone stehen Huch Huch Blöck Nnen Nnen Bleib Blöck Hey Wim Ich habe es. Ben Ich bin Ich bin Blöck Y Gebe Ich bin Das sind noch mehr, ne? Keiner ist da noch Hast du das? Nein, er lebt noch Hier ist noch mehr, hier ist noch mehr Wo ist denn? Digga, was ist das? Hast du alle oder was? Da unten sind noch die beiden Kisten und die laufen da unten, ja, am Wasser Da ist nur einer Das ist auch sein Kollege, ne? Er hat auch einen dicken Babashot gekriegt Huch! Einer da hier in Kanada oder was? Da hinten links, hinten links Vor uns direkt hier, ne? Einen dicken Babashot gekriegt, seinen Dude hinten am Einkaufszentrum Ja, der vor mir hier ist low Seinen Dude habe ich Ja, der andere ist auf dem Dach Jo Das war's komplett mit euch beiden Farms ist eigentlich schon lecker, ne? Leute, ihr legt euch hier mit dem falschen Team an, Alter, ganz ehrlich Ja, wir streamen bis zum Shop Ich versuche es zu... Guck mal wie der läuft, Alter Oh Gott Wisst ihr, was ich meine, Leute? Und mit so einem Randoms musst du dann hier zusammen zocken Ohne Witz, so wie der sich gerade im Kreis dreht Guckt der nebenbei noch aufs Game Pit, was er für einen Knopf drücken muss Oh lol Meint ihr, ich soll das mal klippen? Ja, der kam gerade von der Seite, das ist echt mies gewesen Aber ich glaube, ich clip das hier mit dem Dude hier Ich glaube, ich nehme das mal im Best of auf Das kommt mit dem Best of Video So wie der sich bewegt Ich glaube, der hat immer noch gar keine Waffe, oder? Ich hab nichts zu bauen, Alter Bruder, der weiß gar nicht, wo er langlaufen muss Lol Ja komm, mach mal das Gebüsch kaputt Das bringt ja noch nicht mal Material Meinst du, der merkt das noch? Lol Ohne Witz, guck dir an wie der sich bewegt Wie so ein Legastheniker Wie geil ist er denn drauf, Alter Guck mal Der hat immer noch keine Waffe, ne? Das ist so loll, Alter Guck mal, er hat einen Hüpfknopf gefunden Der will mich ärgern, meinst du Lol Digga, wo ist los, ey? Wie geil ist er das? Ja komm, hau kaputt, Alter Ja komm, die Muni-Kisse links Digga, Muni-Kisse, was ist los mit dir? Guck mal Waffe, meinst du, der nimmt jetzt die Pumpe mit? Alter Alter Digga, das bringt dir immer noch kein Material, Mann Hör auf damit Guck mal Richtig stabiler Oh Scheiße, ey Ey, ey, da kommt einer, da kommt einer Guck mal, guck mal, guck mal, guck mal Guck mal, ja komm, den schaffste Den kriegst du, Brudi Nicht so sch... Lauf weg Nasenbluten Versteck dich Der hat nicht gesehen, dass du reingelaufen bist Noch weiter, nein Bruder, wo ist los, oder? Oh Gott Die... Bruder, der winkt da wieder Und der winkt auch noch, wie geil ist das denn, Alter Ja, Mann Lol, Alter Klippen, Junge Hör auf Wo seid ihr denn? Hallo Hallo Wird gerne eine Bestellung aufgeben Wie sieht's aus mit Blue Life? Äh, ja, Moment Muss ich's holen Wird fertig gemacht Einen Moment bitte Was ist los, Bruder? Super Super Äh Dankeschön Dankeschön Was, was macht das? Äh, muss gucken, Kreis Äh, 70 Dollar Aha Warte Äh, 70 Dollar habe ich Warte, hier Bitteschön Ich bezahl den Diamanten Alles klar Los Jum' Links genockt. Was? Basta e tudo o que eu vi aqui. Es ist alles weg am Sprüchten. Fallen, Fallen, Achtung, Fallen. Keine Achtung, alle fallen. Keine Achtung, Baseball. Keine Achtung, Baseball. ja das war noch dunkel nein ist einer genockt nein weil ich bin genockt ein genockt kann mich jemand halten bitte alle heilen bitte leute von heute macht einen oder es kommt es gut ist nicht gut alles liegt an dir alles liegt an dir kommen ich bin direkt neben euch rechts von euch ich will einfach Tür bauen Tür bauen ich bin hier bei euch mach zu oben, oben zu machen sehr gut ich hab Verbände geil er hat halt high ground ja ja scheiße er hat einen Furt er hat den Kasturak geil GG Junge schieß dich da runter wenn du ganz oben stehst und noch ein Ried auf Konto leute das sind geile Runden heute geil geht 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 Das war's für heute. Das war's für heute.